Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spaghetti Conferdore. Spaghetti Conferdore, Spaghetti mit Gemüse, ist ein typisch italienisches Pastagericht. Somit enthält das Gericht auch kein Fleisch. Diese leckere Zubereitung verspricht ein sättigendes, gesundes Esserlebnis, bei dem man sich nach Italien versetzt fühlen kann. Besonders, wenn dann noch ein wohltemperierter Chianti neben dem Teller steht und leise Mandolinenklänge aus dem Lautsprecher tönen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Großes Bund Suppengrün, Zucchini, Zwiebel, Knoblauch, zwei Esslöffel Butterschmalz, 500 Gramm Spaghetti, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, große Dose Tomaten 850 Milliliter, ein Teelöffel Gemüsebrühe, einige Spritzer Tabasco, vier Stiele Basilikum, Parmesan am Stück. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Pfanne, Topf, Kochlöffel. Zubereitung Vorbereitung Die Möhre schrappen und den Stängelansatz abschneiden. Den Sellerie schälen und putzen. Den Porree waschen und den Wurzelansatz abschneiden. Die Zwiebel pellen. Das Gemüse in kleine Würfel schneiden. Die in Knoblauch pellen und fein würfeln. Das Gericht kochen. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Möhren und Sellerie unterwenden, 5 Minuten anbraten. Zucchini, Zwiebel, Porree und Knoblauch hinzufügen und noch einmal 5 Minuten braten. Spaghetti nach Packungsanweisung bissfest kochen, viel Wasser, reichlich Salz, kein Öl ins Kochwasser, nicht abschrecken nach dem Kochen und etwas Kochwasser auffangen. Die Tomaten mit dem Saft in die Pfanne geben. Die Gemüsebrühe dazugeben. Die Tomaten erwärmen und mit einem Kochlöffel zerkleinern. Die Soße mit Salz, Pfeffer und Tabasco abschmecken. Das Basilikum waschen, trocknen, die Blätter von den Stielen zupfen und in Streifen schneiden. Die Hälfte des Basilikums zu der Soße geben und gut verrühren, die andere Hälfte zur Dekoration benutzen. Die Spaghetti abgießen und auf 4 Tellern verteilen. Die Soße auf den Spaghetti anrichten. Parmesan, so viel man möchte, darüber reiben. Mit Basilikum bestreuen. Als Beilagen eignen sich. Dazu passt frisches Baguette oder noch besser Ciabatta. Diese Varianten gibt es. Man kann auch noch anderes Gemüse in der Soße unterbringen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Betrieben hat man... ... ...